Moinsens und schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben den Schmied ja befreit in der letzten Folge. Und das ist natürlich sehr cool, denn jetzt ist er da und kann uns vielleicht mit ein paar Sachen helfen. Oh, das kann ich mir kaufen. Oh, hier, ich könnte das Ding verkaufen. Oh, was hast du denn so da? Bandana, was ist das? Kann die Bandana rennen? Oh, mein Freund. Bist du aus für eine Sour? Ich habe Equipment zum Verkauf. Aber ich kann gerade nichts Neues bauen. Ich habe meinen Hammer verloren und dann habe ich den von meinem Vater bekommen und ich muss ihn erblücken. Und weil der Hammer gefunden ist, kann er wieder viele coole Sachen machen. Für dich habe ich auch was, glaube ich. So, haben wir leider nichts. Okay, der Schmied ist da, aber wir haben was anderes. Und zwar, ich hätte glaube ich so ein Teil, was wir verkaufen können. Ja, ich habe Antidots gefunden. Danke. So, das kann man Antidots kaufen, dass wir vergiftet werden mal. Hoffe jetzt aber nicht. Jetzt geht es erstmal wieder zurück in die Katakomben. Ich versuche jetzt mal raus zu kommen aus den Katakomben. Der Weg. Genau, wir gehen hier wieder raus und versuchen unten den Weg, um es frei zu kämpfen. Okay, die Energie hat sich erhöht. Hinten kann man auch noch runter. So können wir mal. Hier gehen wir mal. Wir gehen so wieder in die Katakomben. So können wir das tun können. Cool. Ich glaube, das ist so dumm rumsteht, ne? Eine Wege Garten sind wir hier Okay, das ist cool, aber dann müssen wir den anderen Weg einmal kurz nachfragen, weil auch wenn es ein neues Gebiet ist, kann ja gut sein, dass wir hier sonst irgendwas verpassen Dann gehen wir woher? Dann kann ich wahrscheinlich mehr Gold finden Gut, auch nicht verkehrt Wieder abgefahren aus mit dem Rand rundherum Okay, hier lernen wir bestimmt, wie wir rollen können oder irgendwo an die Sachen abkommen Okay, hier ist ein Symbol drin, das müssen wir wahrscheinlich Das ist ja scheiße Das ist ja scheiße Man jetzt Wenn wir wieder zurückgehen Ja, also ich kann hier gar nichts machen, mir fehlen zwei, drei Fähigkeiten würde ich sagen Wir müssen gucken, ob wir hier drüben was wenden können Mach können Auf den Weg, die wir an euch gegangen sind Nicht, oder? Hier 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 Ich sehe nicht. Ich könnte nur dreimal kommen. Level up. Gibt es ja rechts noch einen Weg, ne? Sollen wir da nix? Da kommt ja auch links an der Schuhe. Gut. Ach. Geist! Ja, los! In unserem Leben kommt nicht irgendwas Positives raus. Ich bin entspannt. Okay. So. Hast du ihn bekommen? Irgendeine Kacke. Nix mit Minus bitte. Das gibt's doch gar nicht. Ich hab 65 Gold verloren. Ey, so ein Arsch. Ja, ich hab nicht gehört, was du sagst. Na ja, den treffen wir schon nochmal wieder. Okay. 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 Das ist auch noch ein Weg. Oder da oben. Da oben rechts ist immer noch was, ne? Ja. 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 Scientists Ja. 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 Andreas Fe crushed. Welch muss das! Oh, ja. Blöder Bumerang-Heini! Blöder Bumerang-Heini! Boah! Ist der Ernst? Der sieht so viele Enkelkippte aus. Weiß wie ich... Mann! Das tut's doch gar nicht! So! Der ist doch auf! Um rechts! Wo der Weg ist! Da komm ich nicht hoch! Okay, müssen wir überlegen wo wir jetzt hin können. Aber was hat denn noch alles? Wir hätten hier ne Warp-Rolle. Das wir mal nutzen, dass wir einmal zum Katar kommen. Was speichern hier? So! So! Aber wo sollen wir jetzt hin? Ist das hier? Geh mal rein? Nochmal in die Höhle? Muss ja jetzt andere Wege geben, wo wir vielleicht auch längst können, wo wir vorher gar nicht längst konnten. So! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. Aber wir haben ja immer noch die Nummer gefunden, oder? Das ist nämlich jetzt da... Oh, okay. Ich weiß auch nicht, was das bringen soll. Mist. Erst, das war ja so. Ey, was ist denn das passiert? Was ist auf den Arsch, oder? Oh, wow, kein Spaß! Oder kann man hier Ego zahlen? Wenn man Ego zahlen kann, kann man hier Ego pecken müssen. Ego, ne? Oh, ne? Hey, es muss auch etwas... Hey! Lösung muss auch hier vorhanden sein! Ey, neue Lösung muss auch hier vorhanden sein! Oh! Oh! Geh mal in den Garten rein. Geh mal in den Garten rein. Geh da doch noch eine Unlösung. Ein Heimer muss ich sprengen, ich kann eh nicht hüten. Geh da oben längs, aber das macht keinen Sinn da oben. Und alle anderen haben wir doch hier durchfordert, oder? Garten haben wir eigentlich auch nicht so richtiges. Mal Wege in den Katakomben? Kann nicht, ne? Vielleicht erstmal ausloten. Da müssen wir mal in die Katakomben rein, würde ich sagen. Wovor wir nicht hinkonnten, können wir jetzt ja hin. Was ist denn das? Lass uns das machen. Gehen wir mal zurück in den Katakomben? Und hier können wir nicht weiter. Ein paar Garten konnten wir nicht machen. Was ist das zu bedeuten hier? Der hält zwei Schwerter. Mit einem Schwerter. Eins, zwei. Weiß man nicht. Was ist denn da? Na gut, ich bin hier. Hier war da. Ist. Was ist das. Ich bin hier sehr gut. Wir müssen jetzt noch ein bisschen verkaufen. Okay, da geht es um den Uruch zu... ...Sahen? Oh, nein. Ist noch... Um den Uruch zu kommen. So, hier wird einer Eingang. Können wir mal, wo wir hinkommen. So, jetzt sind wir wieder in den Katakomben, ne? Gehen wir hier mal raus. Ich muss es ja irgendwie noch einen anderen Weg geben. Und ich denke, kommt sofort. Genau, hier gehen wir mal längs. Da seht ihr wie unten das... ... 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